Jo Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es gibt mal wieder was altes, neues, was sehr, sehr cool ist und ich bin sehr froh, dass es wieder am Start ist. Leute, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst alle schon mal einen Daumen nach oben da. Wir legen jetzt los. Let's go! So Leute, das ist alte Tradition hier. Man kann hier Coins setzen und ja, ich habe nicht gewonnen. Scheiße, okay. Ich hatte davor Coins gesetzt, aber leider nichts gewonnen. Und jetzt werden wir tippet, Leute. Es gibt wieder Lucky Race. Weiß, kennt ihr das noch? Ich weiß es nicht. Wir sind auf dem Server vom lieben Dr. Banks IP unten in der Videobeschreibung. Kann man hier runtergehen. Ist hier ein Lucky Block? Genau, hier ist ein Lucky Block. Und wir kriegen zum Beispiel jetzt schon mal Hero Boots. Die haben Schutz 1 und Haltbarkeit 1 und gehen jetzt weiter hoch. Hopps, jawoll. Und können jetzt weiter Lucky Blöcke sammeln. So, das ist das Geile. Also ich bin sehr, sehr froh, dass es wieder am Start ist, weil ich immer diesen Spielmodus benutzt habe, um ab und zu mal wieder hier ein Röntgen, da ein Röntgen mal zu zocken. Und ja, ich hoffe, wir kommen ganz schnell hier durch. Haben zwei extra Herzen bekommen. Mega nice. Das ist auch neu. Also das Ganze wurde geupdatet und es wurden Fehler behoben. Und der ganze Server ist jetzt nochmal neu quasi, ja, nicht komplett neu aufgesetzt worden, aber, ne, hat sich nochmal ein bisschen verneuert und so. War jetzt ziemlich lange down, weil es Wartungsarbeiten gab. Und jetzt hat sich das Ganze geändert. Jetzt sind wir am Start hier mit wieder Lucky Race. Und natürlich gibt es auch, oh, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Natürlich gibt es auch nicht nur Lucky Race, sondern auch, ähm, hups, 500 Coins erhalten. Nice. Lucky, äh, ja, Sky Wars. Also Lucky Wars. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Und ja, das freut mich sehr. Also ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Rainymc.de ist die IP. Und, ähm, ja, das, äh, ist nice. So, wir müssen aber erstmal weiter rüberjumpen. Runterjumpen. Nein, ich will nicht runterfallen. Ich kann euch aber ganz kurz erklären für die Leute. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die kennen das gar nicht. Und wir müssen hier auf dem Weg Lucky Blöcke sammeln und uns so gut wie möglich ausrüsten. Und wir kriegen ganz viele Bonus Coins die ganze Zeit. So, uns so gut wie möglich ausrüsten. Hopp, 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 jawohl. Und nachdem wir uns dann ausgerüstet haben, kommen wir in einen Deadmatch und müssen gegen die anderen Leute, die sich auch ausgerüstet haben. Hier gibt es immer so verschiedene, ähm, ja, Reisen, äh, Reisen, sag ich schon. Also so Wege nebeneinander. Das heißt also, meine Gegner machen genau das gleiche, was ich mache. Und ja, dann kann man Glück haben oder Pech haben. Man kann gute Sachen bekommen oder man kann schlechte Sachen bekommen. Und sich dann dementsprechend, ja, im Kampf anstellen. Also ich hoffe mal, wir bekommen im Gegensatz zu den anderen keinen schlechten Staff. So, da ist ein Dr. Wings. Ähm, hallo Dr. Wings. Aber hier ist kein Lucky Block mehr. So, das heißt, wir müssen weiterjumpen. Es sind bestimmt auch ein paar neue Maps und so rausgekommen. Ich kann mich auch gar nicht mehr an diese hier erinnern. Kann sein, dass sie neu ist. Ähm, ich kenne zum Beispiel diese Spongebob Map und so. Die kenne ich noch, aber diese sagt mir gerade nichts. Ops, die Teile müssen runter, jawohl. Wir haben allerdings noch kein Schwert bekommen. Das, hey, was ist denn los mit dir? Hier, runter hier. Wir haben noch kein Schwert bekommen. Das ist sehr, sehr schade. Wir kriegen die ganze Zeit nur extra und Bonus Coins. Die will ich doch gar nicht. Ich will ein gutes Schwert. So ein Lucky Sword wäre doch mal nice. Lucky Sword, für die Leute, das hier wissen, ist ein Dia-Schwert mit Schärfe und so. Also das ist auf jeden Fall schon nice. So, und der Typ hat ja immerhin Eisenrüstung für uns. Also das können wir mitnehmen und das können wir mitnehmen. Die Schuhe brauchen wir nicht. So, bitte ein Schwert, bitte ein Schwert. Ach nein, dann kriegen wir nochmal diese Kacke. Das gibt's nicht. So, weiter hier, komm. Wir sind nicht mal auf dem ersten Platz. Oh mein Gott. Wir sind auf, doch, wir sind auf dem ersten Platz. Okay. Da bin ich ja beruhigt. So, hier nochmal ein paar Lucky Blöcke. Und wir öffnen und bekommen raus einen gesegneten Trank mit 20% Geschwindigkeit. Und geben wir drei positive Effekte. Wahrscheinlich so drei positive, also random Effekte. Das heißt also, es kann wirklich was nützliches sein, aber es kann auch scheiße sein. So, und wir haben hier Dias bekommen, die müssen wir einsammeln. Jawohl. So, darunter ist nix mehr. Das heißt, wir bauen die Teile noch ab. Och man, Schuhe, das habe ich doch alles schon. Nochmal ein Extraherz. Oh, ich bin hier eingesperrt. Das gibt's nicht. Hallo? Hallo? Nein! Also ich habe mich rausgepackt, aber das muss ich dem Dr. Banks auf jeden Fall erzählen. Oder zeigen, hier in dem Video. Das dürfte nicht passieren, weil nicht jeder weiß, wie man sich hier rausfahren kann. Vor allem so Neulinge nicht. Also, ich meine, es ist so für Leute, die es können, natürlich eine Standard so. Aber ich glaube nicht, dass man da drin... Oh, das war klar. Dass man da drin hätte chillen sollen, bis das Ding vorbei ist. So, auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Lucky Blöcke. Wir sind auch gar nicht so weit vom Ziel entfernt. Weiter, 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 weiter. Und jetzt haben wir hier weitere coole Sachen. Jetzt haben wir hier ein Hero Sword. Ja, es hat sich geändert. Damals ist es Lucky Sword. Oder gibt es einen Lucky Sword auch noch? Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Hero Sword. Das ist mega nice. Das freut mich. Ein Hero Sword. Ja, Mann. So, was war hier? Drei Giftsterne. Okay. Leute, was ich noch sagen wollte. Ich hoffe, ihr hattet ein frohes Weihnachtsfest. Wir jumpen hier weiter. Meins war ganz, ganz angenehm. Und ja, hat mich mal wieder gefreut. Ich mag nämlich Weihnachten. Und ja, ich hoffe, ihr hattet das genauso. Ihr wurdet reichlich beschenkt. Habt schöne Tage mit eurer Familie verbracht. Und ja, euch reichlich beschenken lassen. Und die Geschenke bekommen, die ihr auch wolltet. Und das freut mich oder würde mich sehr freuen, falls ich das in den Kommentaren wiederlesen kann. Schreibt mir einfach mal was zu euren Geschenken und zu eurem Tag in die Kommentare, was ihr so geschenkt bekommen habt. Und ja, das würde mich mal interessieren. Alles klar. Wir sind hier schon beim nächsten Modul. Einer ist noch vor uns. Okay. Das heißt, wir sollten uns jetzt hier schön ins Ziel snacken. Das bin ich, ne Gargui? Ja, ich glaube schon. Alter, die sind unsichtbar. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So, die bauen wir noch schnell ab. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis das Ganze vorbei ist. Weil, ähm, ist halt so. Aber da ist noch einer. Jawohl, noch eine Diahose bekommen. Fresh, fresh, fresh. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nein, ich glaube nicht. Okay, dann gucken wir mal, was für ein Stuff wir haben. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit, bis wir TP'ed werden. Ein One-Hit-Shirt. Nice. Alter. Wie geil ist das denn? One-Hit-Shirt. Shärfe, entstand mit Level 200. Tötet mit einem Schlag. Kann jedoch nur einmal verwendet werden. Okay, den müssen wir auf jeden Fall, ähm, weise verwenden, Leute. Das sage ich jetzt schon mal. Weil, äh, so ein One-Hit-Shirt natürlich krass ist. So, wir haben auch Full-Dia-Rüstung. Wir sind gar nicht so schlecht ausgerüstet. Wir haben eine Hero-Chestplate. Nice. Scheiße. Äh, okay, und wir haben hier einen Hero Sword mit 8,25 Dingens. Das ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier noch ein paar Sterne. Und, äh, die Tränke nehme ich auch gerne noch mit. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay, das ist nice. So, du kriegst die ab. Und dann, äh, hitten wir dich ein paar Mal. Oh, er hat mir genauso eine gegeben. Ich habe Vergiftung. Scheiße. Okay. Ey, das Ding ist, dieses One-Hit-Shirt werde ich auf jeden Fall safe am Ende benutzen oder so. Ähm, jawohl, ich habe ihn getötet. Oh mein Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass hier alles gut läuft. Okay, ich habe ihn auf jeden Fall getötet. Sehr nice. So, jetzt schön raggen am besten. Äh, was machen die roten? Oh, die verbrennen. Die kenne ich noch gar nicht. Die sind auch neu, die roten Giftsterne, die Feuersterne. So, ich habe ihn getötet, oder? Oder ist er geläftet? Ich habe keinen Plan. So, töte ihn, töte ihn, töte ihn. Ich habe das lange nicht mehr gespielt, Leute. Und PvP ist ja immer nice. Also, kann man nicht anders sagen. Oh, er gibt Giftsterne. Die kann ich dir genauso geben, mein Freund. Moment. Ja, oh, oh, hier ist alles mit Sternen voll. Schnell weg hier, schnell weg hier. Was, was kriegst du, ist der Glowstone-Staub? Ich habe keinen Plan. Ähm, oh fuck. Du brennst. Er hielt er. Jawohl. Ah ne, er hat den Kill bekommen. Scheiße. Er hat den Kill bekommen. Ah, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, ich muss erstmal raggen. Ich muss regenerieren. Alter, wir haben OP-Bogen. OP-Schwertschärfe. 3. OP-Rüstung. Die können, ach, die können das enchanten. Die Frage ist, brauchen wir dafür Level? will. Ich schätze mal schon. Ich hab die Teile erst jetzt gesehen. Eile, was hab ich noch bekommen? Extra Energie, Stärke. Okay, nice. So, dann töte ihn doch jetzt mit der Stärke. Töte ihn. Nein, ich bin gestorben. Scheiße, das Einzige, was mich... Wir haben einen Boss. Ich will gucken, ob das klappt, Leute. Oh, ne, da kommt schon einer. Das kann ich leider jetzt nicht gucken. Aber wir können ihn töten. Leute, das ist alles neu, Leute. Das sind mega geile Sachen. Wir können ja... Also, wir haben keinen Bogen, aber wir könnten einen Bogen enchanten, wenn wir einen hätten. Ach, da kommen immer die Teile raus. Okay, keine Ahnung, was es bringt. Aber also, wir können mit dem Glowstone-Staub später, glaube ich, nichts machen. Oder es gibt eine neue Funktion. Das weiß ich nicht. Äh, bis jetzt, glaube ich, allerdings nicht. Also, könnte ich mir nicht vorstellen. Och, nein, schade. Nicht getroffen. So, wir müssen jetzt aber töten. Ich glaube, die sind alle low. Könnte ich mir gut vorstellen. Komm, 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 komm. Du bist low. Ja, ja, ja. Er hat... Jawohl. Er hat einen Goldapfel getrunken. Scheiße. Getrunken. Wahrscheinlich. Nicht getrunken. Mann. Was ist mit mir los? Jawohl, ich habe ihn getötet. Sehr schön. Wir haben immer noch drei extra Herzen. Sollten wir nicht vergessen. Also, das sind, denke ich mal, drei Herzen mehr, die unser Gegner, äh, äh, hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Weil ich glaube nicht, dass jeder so viel Glück hatte mit den extra Herzen wie ich. Jawohl. Habe ich ihn bekommen oder er? Ich weiß es nicht. Ich glaube ich. Komm, jetzt holen wir den noch. Scheiße, er hat uns paar Kombos gegeben. Wir jetzt ihm. Jawohl, und wir haben ihn. Sehr schön. Okay. Dieses Ding ist, stehen da die Leben. Ja, da haben... Alter, da hat noch welcher... Da haben noch welche drei Leben oder so. Scheiße, Mann. Selbst ich habe nur noch zwei Leben. Okay, den haben wir gut gehittet. Ich glaube, den sollten wir uns, äh, holen. Nein, er hat uns jetzt auch gut gehittet. Komm, komm, komm. Komm. Jawohl. Gute Combo. Komm, komm, komm. Ja. Hol ihn. Ja, ich hab ihn. Oh, war das knapp. Ja, Mann, Leute. Das ist nice. Das ist nice. Das ist nice. Ich will aber, wie gesagt, gucken. Wir haben drei Anvils. Äh, ob man hier Level braucht. Ähm, weil das wäre ja über Glück, was wir dann haben müssten. Äh, Schärfe. All-Hero-El-Sword. Alter, Schärfe 3. Wir brauchen allerdings drei Level. Schade. Okay, aber wir haben keine Sachen. Hier, Schutz 3 und so. Ähm, ist mega nice. Also, wusste ich nicht. Haben wir jetzt herausgefunden. Ist aber mega cool, muss ich sagen. So, wo sind denn hier jetzt die nächsten Gegner? Außer im N-I-C-I. Keine Ahnung, wo der ist. Oh, der lebt gar nicht mehr. Der hat einen, äh, Karassenbogen auf jeden Fall. Das kann ich auch. Ich kann auch explodieren, mein Freund. Oh, ne, nicht auf den Half-Slaps. Da kann ich nicht explodieren. Alter, das Ding ist ja voll weit weg, das Ding ist. Ey, ich kann nicht mal Deutsch reden. Komm, hol ihn dir. Hol ihn dir, hol ihn dir. Hol ihn dir, hol ihn dir. Jawohl, jawohl, jawohl. Das ist welcher? Wie heißt der? Ich sehe seinen Namen nicht. Ich sehe seinen Namen nicht wegen dem Shader. Fuck, fuck, fuck. Ich will seinen Namen nicht. Chris, noch was, oder? Ja, der hat noch ein Leben. Okay. Sollen wir uns mal den... Wir könnten uns das One-Hit-Sword gönnen, Alter. Ich weiß es nicht. Och man, ich weiß es wirklich nicht. Ich will jetzt nicht sterben. Nein, ich bin gestorben. Wir haben nur noch ein Leben. Okay. Jetzt auf safe. Wir müssen gewinnen, Leute. Wir müssen safe gewinnen. Wir haben ein One-Hit-Schwert. Das dürfen wir nicht vergessen. Äh, aber alle haben nur noch ein Leben. Okay, machen wir jetzt defensiv oder offensiv? Was haben wir denn noch für Tränke oder sonst was? Wir haben rein gar nichts mehr. Nein. Ich kann mir zum Beispiel jetzt vorstellen, dass wenn ich hier drauf gehe, dass der nächste dann wiederkommt. Scheiße. Und ich hoffe, die anderen haben kein One-Hit-Schwert. Weil das kann natürlich auch sein, dass die so viel Glück hatten und ein One-Hit-Schwert bekommen haben. Aber wir haben ihn auf jeden Fall besser gehittet. Den sollten wir bekommen. Ja? Ja, wir haben ihn bekommen. Och, jawohl. Aber die Sachen spawnen ja gar nicht mehr. Also man kann gar keine Sachen mehr von anderen bekommen. Okay, das haben wir jetzt auch herausgefunden. Damals ist natürlich immer ein Lucky Block gespawnt. Jetzt ist es nicht mehr so. So, rüber, rüber, rüber. Wo sind wir? So, jawohl, jawohl, jawohl. Den sollten wir bekommen, oder? Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Flieg runter. Ja, wir haben ihn. Ja, Mann, okay. Es leben nur noch. Eins, zwei, drei, vier andere. Okay, es wird aber schwierig. Wenn es knapp wird, nehmen wir das One-Hit-Schwert natürlich. Aber wenn wir sehen, wir hitten ihn gut, dann brauchen wir das nicht. Ah, wir haben ihn getötet. Okay, nice. Drei andere noch. Es wäre gut zu fighten, mein Freund. Oh, fuck. Huh. Was ist denn hier los? Wieso kämpft man denn nicht? Wieso chillt man denn da oben? Ich verstehe das nie. Also es macht doch so keinen Spaß. Ich meine, ich habe ein One-Hit-Schwert. Ich werde ihn einfach töten können, aber ich will ja normal kämpfen, wenn ihr wisst, was ich meine. So, jetzt läuft er weiter weg. Hä, er ist doch nicht low. Das verstehe ich nicht. Jawohl, jawohl. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Alter, ich will das One-Hit-Schwert aber fürs Ende behalten. Ich glaube, das könnte ein episches Ende werden, wenn wir mit dem One-Hit-Schwert dann am Ende kämpfen. So, da ist einer mit nur noch Eisenrüstung. Oh, fuck. Mann, das gibt es doch nicht. Was ist denn los hier? Wieso laufen alle weg? Es geht nur 30 Sekunden und alle laufen weg. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ja, mein Freund. Ja, ja. One-Hit, du bist down, sag ich dir. One-Hit, du bist down. Sechs Sekunden noch. So, jetzt, jetzt hinten wir auf jeden Fall mit dem Schwert. Er ist One-Hit down und wir haben gewonnen. Ja, das One-Hit-Schwert. Sehr schön. Alter, episch. JJ, richtig, richtig geil. Die anderen haben es gar nicht mitbekommen, dass es schon zu Ende ist. Wir haben gewonnen, Leute. Das hat mich mega gefreut. Erster Versuch direkt am Start hier, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da auch für den lieben Dr. Banks, der sich da immer so viel Mühe gibt und so einen Server auf die Beine stellt und so weiter und dem Team. Und, ähm, ja. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Weihnachtsfest die letzten Tage, den zweiten Weihnachtstag und so weiter und so fort. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Zuschauern und, ja, Daumen nach oben. Nicht vergessen, checkt die Links in der Beschreibung. Wir sehen uns morgen bei dem nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Euer Beats.